Herzlich Willkommen bei Paddots. Wir spielen Albtraum aus Spukstoff. So rum. Nicht im Spukschloss. Zwei Spieler. Das sind nämlich einmal ich, das Huhn und Anja. Hä? Anja! Drück A. Drück A. Jetzt. Sehr gut. Ich bin Spieler Nummer 2. Das Pad wollte einfach nicht. Ja, Anja ist die Kuh. Hallo. Ich nehm gleich wieder Schnuffel. Ich nehm gleich... Jetzt los. Ich will spielen. Ich will ja in Return spielen. Schrei mir die an. Au. Jetzt setz dich doch mal hin wie ein vernünftiger Mensch und nicht wie so ein Halbseiten-Au. Halbseiten was? Ja, du weißt schon genau, was ich sagen will. Halbseiten was? Nee, nee. Doch, sprichst du nicht aus? Alles gut. Wo wollen das alle hören? Oh mein Gott. Achso, und das zeigt dir dann immer so röntgenmäßig an. Aha. Oh, guck mal, wie er dahinter aussieht. Ah, cool. Das ist echt... Rutspring. Ja. Ah, nein. Jetzt kannst du's. Jetzt steht der... Na, toll. Ach, und dann... Der Bohnen ist dann quasi auch nur da, wenn... Ja, auch nur da, wo leuchtet. Auch nur da, wo leuchtet. Ist dein Ernst? Das leuchtet, Alter. Oh, das ist geböse. Böse. Ah. Klappt das? Das klappt. Ja, ich glaube, zu zweitestens wäre echt... Ja, das ist halt so ultra eng hier. Na, vom Platz. Wie deine... Ah, hallo. Wie deine nicht freunde Schwester. Oh, guck mal, wie er zittert. Oh. Weil er Angst hat? Ja. Oh Gott. Oh mein Gott. Das sind so die Kleinigkeiten. Oh mein Gott. Ich hab Angst. Ah. Ah. Lebt wohl. War nett, dich gekannt zu haben. Ja, leider schon. Leider schon. Warte mal, geht man da hoch oder hier rechts? Oh Gott. Ich löse erst mal das Ding da unten aus. Oh Gott. Ah. Warte, warte, warte. Wir gehen hier hoch. Oh, das wollte ich überhaupt nicht. Das tut mir leid. Das hatte ich nicht vor. Mach's gut. Ist ja ganz so zweit. Ist das... Ja. Wie du mich da runtergeboxt hast. Ich wusste nicht, dass ich was im Mund hatte. Ich wollte dich halt runterschlucken. Oh, das war schon mal so gekommen. Oh Gott. Kommen Sie hier entlang. Wenn Sie sich da noch zu mir umdrehen. Oh Gott, das ist so stressig. Ich glaube, ich sehe doppelt. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Bringt die natürlich nichts, wenn du kein Ding hast. Oh. Jetzt hat die Angst. Aber das ist von der Spielmechanik halt echt. Ja, ich habe mich da. Aber echt mies. Oh. Hier ist zwei Wäsche dran. Äh, warte. Da muss doch was sein, siehst du. Das wäre ja sonst. Ich war der andere, ja, ich habe das nicht gewusst, welcher ich war. Die kann man, glaube ich, auch nur von hinten runterschlucken, ne? Ne, doch. Ah, lila. Schwarz, gelb, lila. Was wird das? Das war bestimmt irgendeine Spitzel, Yoshi. Komm. Komm, komm, komm. Ich geh auf das Ding hier. Ob ich zitter, dass sie zum Lieblings... Und... Und... Ui. Und... Nochmal. Wuhu. Schneidet es ab. Komm, du ran. Kommt's auch? Das ist ganz schön knapp für zwei. Geh du es. Fusch. Waaah. Fusch. Ich komme die hier. Da in der Mitte kommt gleich ein... Ah. Ich bin unten lang. Oh, komm mal. Hast du es gesehen? Da. Aha. Was mal alles entdeckt. Hm. Ja, brav. Jetzt bin ich gerade oben angekommen, was machst du? Tja, dich retten aber nicht, dass du mich einfach wieder rumspuckst, ne? Das überlege ich mir noch. Das ist die Frage, wo man lieber dann gehen sollte. Oh Gott. Oh mein Gott. Oh, ich geh hier hoch. Nein! Das ist ja ne Dings. Da musst du halt hin, wenn... wenn's weg geht. Genau. Na komm. Na komm. Das war knapp. Das war knapp. In der Tat. Und da ist auch die Tür. Ja, da gehen wir mal durch. Bup, 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 biep. Das muss ich hier nochmal runterfallen. Das ist mega awesome. Den fallen auch immer wieder neue Plattformer-Ideen ein, ne? Da sind die echt kreativ. Spucke, schlucke mich runter. Oh, du Scheiße. Ah, nein, 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 nein. Nein! Oh, komm, so hoch nochmal hoch. Ja, ja. Hier ist ein... Ding nochmal? Ding nochmal holen. Und hier unten. Kommt hier... Eigentlich... ...schon? Weiß nicht. Ah. Ah. Du siehst, du siehst da. Tricky. Trickü. Trickü, Automobil. Da bist du... Ach, und da oben ist... Ja, hier. Ja. Was genau soll ich jetzt machen ohne Knäude? Gute Frage. Oh, da fällt jetzt runter. Ach so, gut. Ich bin der Schlüssel. Wenn ich dich runterschlucke, ne? Ja, dann hast du den Schlüssel. Dann habe ich den Schlüssel. Okay. Bam. Das ist irgendwie, wie er sich da auch unterrutscht. Was war das? Okay, unten kommst du gar nicht. Ach so. Ja, wir gehen den Schlüsselweg, oder? Wir tun es einfach mal. Meinst du nicht, dass es da weitergeht? Zu spät. Da ist jetzt bestimmt ein X vor der Tür. Ist doch egal. Ist es jetzt passiert? Es ist vorbei. Komm drüber hinweg. Du bist so ruf. Oh Gott. Oh mein Gott. Gefällt mir nicht. Ah, du bist drücken. Sehr schön. Oh mein Gott, warum hast du das getan? Anja, du hast mich getötet. Ich glaube, du hast mich schon ziemlich doll getötet. Ich habe mich getötet. Ich habe mich getötet. Weil du mich getötet hast. Du hast auch kein Knäuel mehr verdient. Ich habe mich getötet. Ich habe mich getötet. Ja. Mann, Anja. Stimmt. Oh, das ist jetzt der Knall. Ich hab's. Das ist aber auch... Vor allem, man weiß, wenn man seinen Farben nicht sieht, nicht so richtig, wie er man ist. Die Identifikations-Tits-Staub. Oh. Oh, Mann. Da muss noch ein Stempel sein, oder? Ach, schon wieder so ein... Egal, wir gehen in die rechte Tür und werden nie erfahren, was in der linken Tür ist. Ja. Ach so, okay. Aber wenigstens haben wir... Uns fehlt nur ein Stempel, ne? Ja. Okay. Ist hier rechts auf das? Besser als erwartet. Ja, da ist wahrscheinlich das Finish. Ja. Und... Das ist ja gar nicht so einfach. Ach, komm. Ach, ein davor. Verdammt. Das ist doch gar nicht so einfach. Oh, die Häkel, die Stricknadel, da war ein Yoshi am Ende drauf. Hab ich gar nicht gesehen. Dammit. 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 Yoshi. Diese komische... Warte. Die Sonne links. Die Sonne, oder was das ist? Was? Wiese. Wiesen. Wiese. Oh, das ist ja schon fast geschafft hier alles. Ja. So, was wird das? Was wird das? Ein Geisterstück. Yoshi. Der ist aber... Ein Nacht-Yoshi. Nacht-Yoshi. Ich bleib bei meinem Huhn. Ich bei meiner Kuh. Ja, die hast du ja auch seit eh und je nie wieder gewechselt. Doch, zwischendurch war ich mal der grüne Yoshi. Und zum Anfang eine rote. Was gibt's denn in der nächsten Folge? Da gibt's rauf und runter und kreuz und quer. Und, 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 und. Es hört sich nach einem Einspieler-Level an. Also, wenn euch die Folge gefallen hat, like, teilen, kommentieren und abonnieren. Abonnieren, genau. Tschüss.